Der 3-in-1 Kugelkopf-Imbus-Winkelstiftschlüssel-Satz ist 8-teilig und umfasst die Größen 2 bis 10 mm. Schlüssel im Satz kommen als lange Ausführung, sind auf der kurzen Seite Standard 6-Kant und auf der langen Seite als Kugelkopf ausgeführt. Der praktische Halter ist nicht nur Aufbewahrung für meine Winkelstiftschlüssel, ich habe auch die Möglichkeit ihn als T-Grip zu verwenden, indem ich den Schlüssel einfach von der Seite einsetze und dann einen T-Grip habe.